So Leute, herzlich willkommen zu unserem Video. Ihr hört vielleicht, ich bin etwas krank, aber es erinnert mich natürlich nicht daran, für euch ein Video zusammenzuschneiden. Und zwar habe ich diesmal für euch vorbereitet, ein Video, in dem man ein paar von unseren in den fast 4 Jahren gefundenen E-Rollern sieht. Für mich ist, wo ich das aufnehme, der 5.4. Das heißt, in 25 Tagen haben wir unser 4-jähriges Jubiläum. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support in den fast 4 Jahren, oder dann 4 Jahren. Freut uns mega, dass euch unsere Videos so gefallen. Jedenfalls möchte ich euch hier ein paar E-Roller, die wir in der Zeit gefunden haben, präsentieren. Welche ja, wie viele von euch wissen wahrscheinlich, der Hauptgrund ist dafür, dass wir Magnetfischen gehen. Naja, wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video und ab. So wie der aussieht, stand der schon mal eine Weile draußen. Warte mal, Nils, wenn du jetzt das Seil... Ja. Genau. So, ich halte mal, ich halte, ich halte, ich halte, Nils, Nils, ich halte. Entschuldigung, steht's auf dem Seil? Baut das mal. Ich muss ein bisschen weg davon, ne? Ja, ich halte mal, ja. Kannst du das mal halten? Äh, kannst du den Seil auch... Geht das? Warte, ich halte den jetzt. Aber bei, ist doch ein Ausleihbarer. Aber einer der ältesten Generationen, glaube ich. Das war der erste Roller, den du hattest da unten. Ah, pfeift dich aber. Du hast schön am Lenker dran, ne? Ja, ich bin dran, ne? Warte mal, ich pass mit zu. Warte, warte, warte. Ja. Warte, dran, kannst du mal filmen? Ja. Bist du dran, ne? Schön, schön langsam. Ja. Aber das war ein Zufall. Das war nicht die Struktur, die ich gesehen hab. Ne, ne, die siehst du ja auch meistens nicht, die Dinger. So, jetzt, die haben wir noch ein paar. Ja. Musst du was, muss man dran haben, Moritz. Musst du noch rüber pendeln, ne? Ja, ja. Ja, ne, wieder nicht. Hast du, ich kriege da viel sauer gemacht. Nee, er ist ihm, ist ja ausgefallen. Ach so. Ist das Thema weiter, beginnend. Geklappt was? Bin dran, ne? Oh, den wäre ich gut. Die fängt fest. Sieht eigentlich hervorragend. Jetzt sind wir nach vorne. Wollte zu machen? Oh, ich hab'n. Alles gut. Gut, wenn man da hinten sichern könnte, ist das Seil. Jetzt häng ich mit. Jetzt häng ich richtig schön im Winkel drin. Okay, dann raus. Vorsicht mit dem Kinderwagen hier. Hervorragend. Moment, Kamera geht wieder mal aus. Aber wieder ein Roller dran. Und wieder ein Fischi. Ach komm, rin mit dir. Schön. Gut, Handschuhe wieder an und wegstellen. Was ist wild? Wir haben ja noch mehr. Am Bahnhof. Wir haben auch noch ein paar Rieder und Roller. Meine, ich wollte es bitte. So, Elin. Wir räumen auf. Die Roller werden schon abgeholt. Da ist der Transporter. Der nimmt gleich alle mit. Da kommt Jan. Von Republic. Ich bin fix und alle. Fünf Fahrräder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Roller auf der Seite. Drüben sind noch ein paar mehr. Da machen wir mal eine Art Moderation. Eine vernünftige Show bei Spreepublic vorbei. Auf jeden Fall. Der Jan kümmert sich immer extrem um die ganzen Sachen hier. Und überall werden die Videos gemacht hier. Muss. Muss sein. Guck mal, ich den gekriegt habe hier mit der Schlaufe. Nicht der erste. Peter, Yoshi. Der gefahren. Ich hatte wohl zu sein. Ja, erster Wurf ist klar. Aber die gibt es erst seit letztem Jahr. Wie kannst du den jetzt mal so fangen? Der nächste. Der John. Das steht am Hotpot. Und nur mal Haken. Halt. Dankeschön. Der steht genau auf der Luftdistanz. Ja. Oh, der fällt da. Das reicht. Das hast du noch nicht denken. Hast du gerade reingeworfen. Das wäre der gleiche. Das hat sich gedreht. Kommt, 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 kommt. E-Scooter. Sehr gut. Was haben wir da? Das ist ein E-Scooter. Hab ich doch gefragt. Ich hab's doch gewusst. Hast du ein Gefühl gehabt, ne? Das ist ein bisschen klar. War total klar. So. Sehr schön. Warum ist der gefährlich? Kennzeichen. Ah. Natürlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Er hat doch gesagt, wir haben. Halt ihn doch rein, kurz. Nee. Nee. Dann hältst du ihn fest? Hältst du ihn fest? Dann hab ich. Ich hake ihn nochmal um, kurz. Hacke einen da, genau. So, hast du ihn jetzt? Hab ihn. Jetzt können wir nochmal ein Stück runter. Willst du nochmal filmen? Wollen wir nochmal? Ja, warte, warte, warte. Lass mich gerne mal sein. So, dann los. Halt ihn. Okay. Oh, ich hab ihn noch. Siehst du, hast du noch? Das war knapp gerade. Oh. Oh, da liegt's auch schon ewig, oder, Herr? Da liegt auch schon ewig. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Yeah. Zweieinhalb oder was hier? Wo denn? Hier unten. Noch hier? Nee, ich hänge. Ja, das ist wahrscheinlich Einkaufswagen. Hänge ist Einkaufswagen, ja. Danke. So. Na, noch füllen wir. Noch? Jetzt wird doch so bleiben. Ja, guck mal, jetzt ist ein meiner nämlich. Jetzt ist nämlich ein meiner. Ich dreh drauf. Hab ihn. Vorspiel. Ja, woll. Ich hab den getunt, ne? Dann geh mal weg jetzt hier wieder, dann können wir hier weiter aufholen. Warum aufholen? Wir führen. Mach mal mit. Warum? Ist doch dein Fund. Ist doch dein Fund, genau. Einen Tag in Berlin, wenn man mal auf E-Roller geht. Das guckt man alles aus dem Wasser raus. So Leute, das war's dann mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um in zwei Wochen am Montag informiert zu werden, wenn unser Video online ist. Vielleicht achtet ihr in Zukunft mehr darauf, ob die Roller noch an Land stehen. Wenn sie dann nicht mehr sein sollten und den sie eventuell sogar im Wasser sieht, dann schreibt uns doch gerne einfach per Instagram. Und dann kommen wir vorbei und holen das Ding wieder aus dem Wasser raus. Weil, wie ihr hier seht, sie gehören da nicht hin und es sind viel zu viel im Wasser, was unsere Spree oder auch alle anderen Größe Deutschlands vergiftet. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in zwei Wochen im nächsten Video. Bis dann.